Naja, so haben wir wenigstens jetzt unseren Arm wieder, ne? Wand durchbrechen, okay. Und da, und jetzt seid ihr dran, Leute. Ah, da geht mir gerade voll einer ab. Da, da, da. Den Wagen, das hat nie mal alles. Da. Da. Wir gehen da. Wir gehen da oben. Wo ist denn noch einer? Da. Hallo, hallo. Den haben wir auch. Wer schießt denn da noch? Du da. So, jetzt müssen wir mal gucken. Da ist noch einer. Da hinten. Und da unten. Alter, da oben ist auch noch einer. Da kommen die Cut-Drohnen wieder. Da. Die müssen noch tot sein, oder? So, eine. zwei. Da hinten, da hinten, da hinten, da hinten. Oh yeah. Und der Kontor, der vibriert, äh, ja. Da werden so manche Frauen, glaube ich, neidisch drüber. Halt, 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 halt. Wo willst du hin? Du bleibst hier, Junge. Der da, halt. Da oben, da oben. Den haben wir. Oh. Hallo. Hier, Cut-Dinger. Okay, den haben wir. Da hinten, da hinten, da hinten. So, den haben wir auch. Und den haben wir auch. Ich bin genau hinter dir. Es ist gut, dass du hinter mir bist. Nein. Da haben wir tatsächlich welche überlebt? Kann doch nicht sein. Wo muss ich eigentlich hin? Boah. Was ist das? Wow. Sehr geil. Ja, schön. Was haben wir hier? Okay, das ist einfach nur schießen. Gut. Mein Gott, warum kriegen wir das Ding erst so spät? Zack. Ah, ich liebe es. Ich sehe sie an, dann erledigen wir sie. So, und zack. Boah. Was haben wir mit dir hier? Dankeschön. Wer schießt hier? Das ist doch nicht dein Ernst, oder? Ihr habt keine Schnitte. So. Jetzt wird es extrem. So. Und zack. Oha. Oha. Ich muss mal in Deckung gehen. Au, 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 au. Ein bisschen Deckung, 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 Deckung. Und dann einfach drauf halten. Nein, nein, du bist tot. Das ist nicht dein Ernst. Dann erledigen wir sie. Zah. Aber ich liebe es. So geil. Warmraketen? Zah. Nein, die könnten ein bisschen, könnten ein bisschen schneller unterwegs sein. aber ansonsten gefällt mir das. Die Schwarmraketen. Nein. So, jetzt würde ich sagen, jetzt warten wir. Da kommen sie schon. Einfach drauf halten. Erst mal. Zah. Sauber. Gefällt mir. Und die nächsten. Zah. Okay. Die kriege ich auch noch. Gleich. Zah. Und zack. Boah, das gefällt mir gerade. Schwarmraketen. Schwarmraketen? Oh. Oh. Haben wir ja gerade richtig Glück gehabt. Jawohl. Versprechen. Das muss ich machen. Achso. Da sieht er jetzt was, oder? Tipp, 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 tipp. Aber war so klar. Hätte so einfach sein können. Gut, dass ich mal nicht fahren muss. Beten wir, dass wir nicht zu spät kommen. Aber hallo, komm. Spreu vom Weizen. Das ist schön. So, wir haben einen Punkt nur. Ich weiß gar nicht, ob wir das überhaupt noch schaffen, bis zum Ende. Hier alles aufzuleveln. Ich glaube ja nicht. Gut. Schauen wir uns die neue Mission an. Ja, ich weiß, dass ich einen Punkt habe. Ist nicht schlimm. Komm schon. Komm schon. Bleib bei mir. Wir sind fast da. Fast da. Fast. Es ist nicht mehr weit. Gebt nicht auf. Niemals. Komm schon. Komm, Meg. Und was jetzt? Wir führen den Auftrag aus. Wir sind die einzigen, die eins davon abhalten können, Manticore einzusetzen. Wir sind nur drei. Gegen eine Armee. Das ist Selbstmord. Das stimmt. Aber er hätte es getan. Okay. Hast du eine Idee? Nur einer. Es war ein Plan, wie nur Gideon ihn sich ausdenken konnte. Ein Frontalangriff auf Eilens Festung mit den beiden Mechernzügen aus der Basis. Drohnen bringen uns rein. Danach sind wir auf uns gestellt. Sentinel-2 eingeschmissen noch immer hohe Kontaminationen in der Stadt. Ist ja wieder mein Mechernz. Super. Verstanden, Kingpin. Es nähen sich mehrere Kampfboote. Feuer frei auf diese Boote. Okay. So. Die jagen wir jetzt mal schön in die Luft. Feinde auf der Überführung. Zack. Zack. Ach, ich liebe das. Zack. So. Den jagen wir nochmal in die Luft. Und so viel Spaß. Kann das sein, dass die... Ähm... Dass wir nicht viele davon haben. Ich bin mir jetzt nicht sicher. 200 Meter bis zum Absprung. Zack. Den haben wir. Oh, was? Das ging im Vibriere. Das ist ja nicht mal klar. Wasser frei. Bereit machen zum Absprung. Das war's. Absprung. 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 Ach so, wir können also jetzt unter Wasser gehen hier, ja? Kingpin, wir sind unter der Oberfläche. Nähern uns dem Angriffspunkt. Achtung, 2, 1. Wenn Sie den Start nicht verhindern können, müssen wir die Kommandozentrale angreifen. Damit riskieren wir weitere Manticore-Kontamination. Aber das ist unsere einzige Chance. Wenn ihr das nicht stoppen könnt, dann verschwindet von da. Ah, wir machen das schon. Können wir auch hier schießen? Ne, das geht natürlich nicht. Schade. Aber wir werden beschossen. Gut, dann würde ich sagen, gucken wir. Wir sind ja gleich da. Dauert ja nur noch gefühlte 3 Stunden. Bis wir da hinten sind. Wieso hast du mich jetzt überholt? Genau, können wir es schaffen. Da sind wir doch schon. Ich habe ja keine andere Wahl, also. Wo sind wir denn hier? Elona, wir sind drin. Du solltest genau neben der Startplatz vor Ort sein. Rein zufällig natürlich, ne? Jawohl. Würde ich sagen, jagen wir die in die Luft. So, wir kämpfen uns jetzt erstmal hier den Weg durch. Na, komm schon. Komm, du kannst auch mal was tun. Genau. Jetzt kümmern wir mich hier um den. Hui. Hallo, hallo. Herzlich willkommen. Ja, ich freue mich schon auf meine Granaten. Äh, Quatsch, das sind ja Raketen. Entschuldigung. So, ach, ich liebe das. Schwarmraketen bereit. Dann würde ich sagen, machen wir die auf den Mobblock. Wir brauchen einen anderen Zugangspunkt. Ja, und jetzt? Benutzt die Lüftungsschächter auf der rote den Ebene. Fui, Junge. Tut mir leid. Zack, zack, zack. Ach, ist das der Ruh. Schwarmraketen bereit. Schwarmraketen bereit. Los, los, los. Den hier, der muss schon ein bisschen erschießen. Zack. Was wollen wir denn von hier? Schwarmraketen bereit. Du bleibst mal hier, ne? Hallo, hallo, hallo. Wo müssen wir hin, Chef? Du gehst einfach, ja? Ich merke das schon. Schneller, schneller. Zack. Boah, ich liebe es. Ich liebe es. Schwarmraketen bereit. Zack. Auch weggeknallt. Ladevorgang läuft. So, dann können wir ihm ja so schon mal ein bisschen den Rücken frei halten. Schwarmraketen bereit. Die ein bisschen in die Luft jagen. Weil, äh, Schwarmraketen bereit. Da kriegt er anscheinend, kriegt er ja nichts gebacken. Wer ist? Und wieder oben. Schwarmraketen, wir sind nachgeladen. Schwarmraketen bereit. Schwarmraketen bereit. Alter. Die nach Hause. Wer ist denn da auch nicht? Du? Du wachst. Schwarmraketen bereit. Da ist noch einer. Mutiger. Aber gleich nicht mehr. Weg. Ladevorgang abgeschlossen. Hier geblieben. Schwarmraketen bereit. Zack. Ey, wo kommt ihr denn jetzt auf einmal her? Schwarmraketen bereit. Gut, dass du mal weiter gehst. Da musst du draufhalten. Ah. Chaos erledigt. So. Ein Pech. Aber auch. So. Auf den nächsten hier. Einfach mal draufhalten. Zack. Nein, ich bin überhitzt. Wie kann das sein? Zack. Und der nächste da hinten. Und schön draufhalten. Und das wäre nicht anzusehen. So. Schwarmraketen bereit. Schwarmraketen bereit. Jawohl. Heißen die auch wirklich so, die Dinger? So. Einfach drauf. Du bist der Letzte. Zack. 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 Ihr habt keine Chance gegen uns. Überhaupt keine Chance. Wann fand der denn die für ein Dreck? So. Und da oben den noch. Den haben wir. So. Da oben den. Den haben wir. Zack. Oh, der geht nicht. Ich bin weggeknallt. Da ist doch keiner mehr da, oder? Oh, da ist noch einer. Ha, 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 weg ist er. Was ist der Penner? Hast du auf mich geschossen, ne, wie schön? Es gibt einen Zugangspunkt zu den Lüftungsschichten voraus. Ich gebe die Position durch. Hab sie, los und weiter. Das ging aber schnell. Komm, ich würde sagen, wir laufen mal. Auf, lauf, lauf. Was haben wir denn hier alles? Was ist das denn? Da ist die Luke. Mitchell, hier drüben. Uh, Alter, da geht ja voll ab. Oha. 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 Wir haben es wohl nicht geschafft. Wir konnten den Raketenstart nicht verhindern. Dann. Oha.